Bei der Pflanzenpflege müssen auch die Bedürfnisse der Pflanzen berücksichtigt werden. Das heißt, die Düngung sollte so erfolgen, wie es in der Natur der Pflanze liegt. Stängelpflanzen nehmen ihre Nährstoffe über das Wasser auf, das heißt, hier wird mit Flüssigdünger gedüngt, während die Wurzelpflanzen über die Wurzel gedüngt werden mit Tablettendünger. Nach einigen Wochen, wenn die Pflanzen dann gewachsen sind, müssen sie beschnitten werden. Das heißt, bei den Wurzelpflanzen nimmt man die äußeren Blätter ab, die absterben und gelb werden. Und bei den Stängelpflanzen wird die Pflanze herausgezogen, sie wird abgeschnitten und der neue Trieb von oben wieder in den Boden eingesetzt.